Ok Freunde von den Monitor und Monitorinnen, es geht weiter beim Remaster von Shadowman. Pass auf, beim Rendern von den nächsten Aufnahmen ist mir auch gefallen, wir haben wahrscheinlich eine Seele vergessen. Das bedeutet, die werden wir als erstes abstauben. Und dafür muss ich zurück in den Tempel. Und zwar war das der Tempel des Feuers. Oh Gott, schnell weg da. Da kommen die Rindwürder her. Ich muss nämlich da hinten. Und zwar gibt es da hinten einen Feuerblock, den habe ich noch nicht verschoben. Ich bin da hinten. Im Raum der Tätowierung. Ich bin da hinten. Im Raum der Tätowierung. So, wie schaut denn aus? Die andere blöde Kuh ist auch da vorne. Triff die gut. Pass auf meine Energie, ich folge. Ab ins Gefecht. Ich glaube, die braucht noch mal Abreibung, die blöde Kuh. Ja, ich weiß ja, die roten Stropse. Ich glaube, die möchte ich beeindrucken. Ich habe es. Moment. Etwas Energy, wenn ich bitten darf. Was ist auch der Feuerblock? Wo waren die? Da hinten. Schöne. Was habe ich mir gesagt? Da hinten. Feuerblock. Ich war nämlich das letzte Mal gerade da hinten. Seht ihr's? Da bin ich nervig gerufen. Da waren wir nicht. Und da kriegen wir wahrscheinlich noch eine weitere Seele. Die wir brauchen. Seid ihr da oben? Schuggi. Wie schaut denn aus? Aus ins Tor, Schuggi. So, ich mach. Die Schwesternheim. Ich schuggi mich auch noch eine. Hoppe. Gleiches Mal. So, das ist ja noch, gell. Das andere, oder? Hey, Baby. Ich wollte mir den Schnack auspräsentieren. Sicher. So, dann müssen wir uns mal da hinschwingen. Was bricht denn da? Hoppe, Gabel. Jawohl. So, dann machen wir noch mal in die Nummer. In die mir gekümmert geh. Machen wir uns gleich nichts mehr aus. Oh, Mikey. Was sagst du denn? Eine Seele ist schon, oder? Seht ihr's? Die dunklen Seelen gehören mir. Okay, Mona. Ich glaub mir, das ist was. Bis jetzt. Im Tempel des Feuers. Und als nächstes werden wir dann. Zum Tempel des Lebens schauen. Komm schon, Angsthase. Angsthase. Und dann können wir unsere Opfergaben einlösen. Damit wir mehr Leidenpunkte kriegen. Hey. Hier wieder. Der legendäre Blair-Zombie. Der Schreit und Rutz geh. Eine Leidenschaft von ihm. Gibt es jetzt mal, was er sich schon erinnert. Ich sag mal, da hinten gibt es einen Feuerblock, oder? Hät mich recht erinnert. Schau mal, da hinten. Aha. Das ist auch noch. Leitgeschütt Da ist er, jetzt wird er So, da war nix mehr von Interesse So, da kann ich nicht mehr gehen, in andere Richtung Von hier bin ich gekommen, hinten um mich Darum der Tannen weiter gehen Warte einmal, ich wohne da hinten Ich wohne da hinten Ich wohne da hinten Darum der Tannen weiter gehen Warte einmal, ich wohne da hinten Da drin wird eine Seele, aber ich komme da rein. Wahrscheinlich erst später, oder? Über die Lava. Scheiße, da geht noch nichts. Da geh mir jetzt hin, wenn ich die zweite Tätowierung hab. Geht noch ein bisschen dauern. Gut überzeugt. Dann probieren wir's mal da unten. Vielleicht können wir da noch was ausrichten. Ja, toll du. Ich bin die Tipp da hingefunden. Warte mal, geht das so her. Ja man, weg da. Bin ich da. Warte rum, hä? Komm mir durch. Gehen wir nicht. Und da herunten. Da waren wir schon mal, geh. Bitte Frage. Da oben. Also, wenn du mich fragst, ob ich den Tempel ein bisschen anders in Erinnerung habe. Fisher Messi und den Tempel nicht läuten... Nao. Gebrennt der Arsch! Hier, hier ist doch hä? Die Rotnase. Bleibt da rum. So, mein, der Tempel ist da ein bisschen anders. Ich will immer gut, wenn ich nicht da. Scheiße, Jü. Nein, Gegner. So, das ist ja schön. Das ist der Bruder vom Javadi Hood. Ja, das ist gerade die Frage. Dreh den gleich. Unvorstellbar. Das ist der Lübegut. Meine Freunde, bitte die Brust weit. Das ist der Bruder. Schaden aus, gib du auf, hä? Das ist gerade die Frage, ich mache die Schaden, hä? So, oder? Voller Wille. Ja, jetzt schau mal, was sagst du, gibts schon auf. Noch nicht ganz, geh. Der lästige Nudel. Oh, ich habe mich auf. Oh, ich habe mich auf. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. So, wir kommen raus. Gehört das? Zeitwege gesegnet. Ja gut. Du bist besonders schwer vorrangig. Der war gerade ein bisschen lästig. Und da kämen wir jetzt, wo kämen wir durch? Neh, wie die Höhle springen schon, oder? Knapp ins Elend. Ja. Und dann sind wir jetzt. Aha. Da drinnen, seht das? Und da kriegen wir jetzt den Feuersperr, jawohl. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Und mit dem Feuersperr können wir teleportieren, geh? Pass auf, da kann ich dann gleich mit meine Opfergaben einlösen. Mach ich das. Da rüber wir gleich. Einhundert Kado, den Loa geopfert, verleihen dem Geist eines Mannes große Stärke. Diese Gaben bringe ich euch dar, o huldvolle Loa, o großmütige Loa. Ein spiritueller Handel für weiteres Leben. Meine Lebenskraft wächst. Ey. Spend ein bisschen Loa, wenn du die Opfergaben bringst. Jetzt haben wir einen Lebenpunkt mehr, geh. Kann man sich eh sehen. Na bumm, aussieht da. Da warte ich dann, da wieder, geh. Okay. Wobei. Jetzt flieg ich nur schnell, warte mal. Zurück ins rechte Leben denn. Komm schon, Angsthase. Angsthase. Denn unser sind viele.